So, hallo und herzlich willkommen. Das ist hier das River Raiders Let's Play. Sorry für Entüge und Geräusche, ich hab das Fenster offen. So, River Raiders ist ein Spiel, es wurde von X-Site Interactive erfunden, kann man nicht sagen, erstellt. Und ich dachte mir, es ist vielleicht mal wert, dass man da mal ein Let's Play macht. Und ja, ich hab's schon ewig gar nicht mehr gespielt, das ist jetzt mein erster Versuch seit einem halben Jahr oder so. Also, das heißt, kreidet mich nicht an. Und ja, probieren wir es mal. Tolles Intro. Main Menu. Ja, also das Main Menu. Mir scheint, dass es ein bisschen laut ist, ich muss es weise, oder? Naja, komm ich ja dann. Start Game. Configuration. View Local Scores. Clear Local Scores. View Remote Scores. Test Speakers. Test Speakers, das ist recht lustig. Left. La, la, la. Right. Main Menu. X, Learn Game Sounds. Learn Game Sounds. Use the arrow keys to select a sound and press enter to play it. Return to Main Menu. Ghost bumps in. Return to Main Menu. Ghost Ghost Go Go. Mo, 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 Heinz, Bo, 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 P, Su, P, Bo, P, Co,in. Okay, vermahlen. Münze. Pickup Coin. Münze nehmen. Bonus Key. Bonus Schlüssel. Pickup Bonus Key. Den Schlüssel nehmen. Super Bonus. Der Super Bonus. Pickup Super Bonus. Den Super Bonus nehmen. Ja, den Super Bonus nehmen. Bonus Booth. Der Bonus Boost, glaube ich, soll es mal werden. Ich weiß sonst, ich weiß, was es ist. Bonus Booth is in the center. Ja. Das Ding ist noch bitte. Insert Key into Booth. Den Schlüssel in dieses Special Whatever reinführen. Aufschließend. Parath Monster. Das ist der Box. Achtung. Ich bin das stärkste Vieh. Monster Swim. Okay, das ist schön, dass wir hier. Das war der Wunsch. Monster Attack. Und auf. Ghost. Geist. Es gibt verschiedene Geist. Sting, hier. What do you think you're doing here? Stop holding me back in this deep water. I need to get to my son. Es gibt einen absoluten Geist. Get out of the way. Oder ich will. Stop holding me back in this deep water. SIE! Anything you're... Anything go... Anything go... Anything go... Anything go... Ha 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 ha... Where'd you all go? Father! Fire! Where'd you all go? Heee! Heee! Ghost goes through you. Der Geist geht durch mich durch, und das ist das, was ich vermeiden sollte. Ghost startles you. Ghost bumps into you. Und da ist er in mich reingelaufen. Kennt so laut ich einverzeichen Sound da warst. Return to main menu. Main menu. Exit. Ich muss einfach Blutzen sammeln, und so viele Blutzen wie möglich in 5 Minuten sammeln. Und muss die Monstern und Geistern ausweichen. Und, ja... Das ist... Let's have you click, you can start game. Your time starts now. You've obtained it's last. Ich weiß, was das ist. Ah... Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ah... Ich weiß, was die beste Funktion der war. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Das war gut. Das ist ein Fixer. Ich weiß, dass Sponsor... Der ist ziemlich reingeschwommen. Ich sehe die Gerst-Alarm. Ich muss atmen, 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 atmen. Ja, scheiße, ich bin ersoffen. Tja, so passiert's. Ersoffen. Oh, that felt a bit strange. I got my breath back and all. And I can talk again. Hang on. I'm not dead. Ich hab die neue Version noch nicht gespielt. Ich kenn diesen Enddialog noch nicht. Ach so. Ich spiel Gott dir auch nicht. Okay. Ich kann nicht spielen. Der von der Finalmusik kann ich spielen. Ich bin die Top 1. 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 Viel. Mein Rekord war irgendwie 150 oder so. Start game. Ich hab nur eine Minute gehabt. Also ich noch mal gewonnen. Your time starts now. Can you pop up and see me? I'm getting slightly worried. Let's go. Why don't you sit down here? Okay, we'll have a spitting time. Let's shoot at you, guys. I have to get up. Oh my god, this was so hard. I'm going to cross the bridge. Should I do a bonus side of this? Most of them are at the bottom. You can see. How are you doing down there? I'm going to cross the bridge. Wir sind nach oben! Nach oben! Hier ist oben! Weißt du nicht was oben ist, oder Junge? Ich bin Haarschaf an dem Geist vorbei! Breathe, breathe, breathe! Hab ich schon gemacht hatte. Und, see you soon! Na, komm, das wird absolut bekannt, den Wort hier. Das wird doch erzählt. Vater! Ich bin dein Vater! Ah, hier! Spielhülle! Nee! Blubberblasen! Blubberblasen! Get out of the way! Okay, ich gehe aus dem Weg! 2 Minuten left! You've got to see me! I'm getting slightly worried! Why don't you sit down here? We'll have a stupid time! But I will forget some tea, we can welcome you to our home! Nice! Scheiße! Ha! 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 Okay, das macht es noch weit unten. 30 Sekunden! Tresse, abtauchen, abtauchen! Das Monster hat mich fast gehabt. Und ich bin langsamer als das Monster. Lieber Geistertsmonster! Ja, komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Ja, danke schön! Du hast sie mit 90... 97... Coins... ... mit einem Penalty... ...5... ...poins... ... für ein Total... ...92... ...points. Du hast es zu einem local Top 10 High Score! Deine Position ist... 1... Main Menu... Start Game... Immer mach ich's noch! Deine Zeit start... ... jetzt... ... 5 Minuten left... ... 10 Minuten... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Four minutes left. Can you still hear me? Give me back my son. Da drüben ist das Bonus-Item. Monster Super Paralyzer. Das ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Denn entweder ist es ein schlechtes Item oder es ist ein gutes. Das kann auch in dem Monster Super Magnet sein. Dann habe ich ein großes Problem. Es ist mein Vater! Witz! Oh, no! Kannst du hier sein? Wee, Maaam! Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Oh, das war so feio... Achtung! 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 Das ist dein Vater! Achtung! Achtung! Do you still hear me? Two minutes left. Ah! Hahaha. GASP! Hey! GASP! 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 Scheisse! Und tot! Ich werd das eben aufgerissen. Ich habe das hier im Hintergrund. Oh, das ist mein Toddy, ist es? You collected 100 46 Coins. Congratulations! You made it to your local Top 10 High Score! Your position is 1. Main Menu. Exit. Thank you for playing River Raiders. For more accessible products, please visit us at exciteinteractive.net. Ja, gibt's bis jetzt noch keine weiteren Spiele. Das Spiel wurde 2011 fertiggestellt. Es gibt noch keine neuen Spiele. So viel dazu. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Bis dann! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.